Dieser Film beschäftigt sich mit dem Phänomen des Wachstums. Den Begriff Wachstum kennen wir aus unserer Alltagserfahrung. Kinder wachsen, der Schuldenberg des Staates wächst oder auch die Anzahl der weltweiten Computernutzer. Ganz allgemein gilt, wenn eine beliebige Größe in Abhängigkeit von der Zeit zunimmt, spricht man von Wachstum. Die Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.